Was geht ab, meine Freunde? Willkommen zurück zu der epischsten Rennstrecken-Folge überhaupt. Ich bin Luigi, wie ihr seht, L steht für Lofty und nicht für Loser. Schreibt das nicht rein, liken, abonnieren, Glocke aktivieren, nicht vergessen. Und ich drehe mich mal um, wer sind meine Konkurrenten? Wir haben hier einmal Marc, Amir, Stani und... Was geht ab? Hallo. So, ihr habt da letztens große Fresse gehabt, okay? Ich fordere euch heraus zu einer kleinen Challenge, okay? Der erste der fünf Runden schafft, bekommt von jedem Spieler 100.000 Dollar. 100.000 Dollar? Ach, GTA-Dollar. 100.000 echte US-Dollar. Nee, ich mach nur GTA-Dollar. Dann können wir 2 Millionen GTA-Dollar machen. Dann machen wir 2 Millionen GTA-Dollar. Let's go, Digga, ich mach euch. Okay, aber weil ich natürlich der Gast bin, der Gastgeber, werde ich vorne starten. Oha. Weil ich der nächste Rennfahrer bin, werde ich ganz hoch. Äh, Lofty, du wirst eh keine Chance an, da werde ich 2 da hier direkt sein. Nein. Wir zählen runter von 3. Ey, geh mal zurück, geh mal zurück, geh mal zurück. 3, 2, 1, go. Let's go. Ey, Frühstatt. Ey, ey. Oh, ich überschlag mich. Ich überschlag mich. Oh mein Gott. Was soll das? Oh, ich hab den Sprung gemacht. Einer, wie geil ist das? Oh, oh. Erster. Nein, nein, nein. Nein, nee, nee. Jetzt keine Chance mehr. Oh, laufst du dich richtig ab? Was? Das ist diese Burg? Ja, das ist die Burg. Oh, Einer. Nein. Nein. Oh. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wir schaffen das nicht. Fuck. Oh. Ja, ich bin erster sogar. Let's go. Ob Stani Erster ist, was ist denn das so wieder? Ey. Oh mein Gott. Ich mach einen Wallride. Ich weiß, was man hier machen muss. Ich weiß es auch nicht. Oh. Shit, 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 shit. Drehen, 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 drehen. Lass mich durch. Stani, du bist zu dick. Weg hier. Ey, du Einunddreißiger. Da muss man echt langsam runterfahren, muss ich ehrlich. Hier einmal kurz nochmal Gas geben, Jungs. Zack. Und jetzt hier schnell rüber, Leute. Wow. Jumpen. Die Kurve nehmen. Ey, Lofti, bist du letzter, oder was? Nee, 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 ich bin zweiter. Lofti ist einfach letzter. Hey. Gar nicht. Geht gar nicht. Ich bin zweiter. Shit. Ich bin direkt hinter euch. Bin ich letzter? Wo bist du denn direkt hinter uns? Sehe ich gar nicht. Da ist doch jemand noch hinter mir. Ja, Lofti, du bist letzter, glaube ich sogar. Ähnlich bin ich letzter? Nein. Mach keinen Scheiß jetzt. Lofti ist einfach letzter, Digga. Was, Lofti? Deine Challenge und du verlierst hier? Lofti ist letzter und verliert zwei Millionen GTA-Dollar. Äh, werde ich nicht verlieren. Alter. Boah, von dir hätte ich das echt nicht gedacht, Lofti. Wo ist der? Nein. Ich muss die Kurve nehmen. Boah, jetzt los hier. Nein. Oh, ich komm mit den Schlingern. Boah. 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 Fuck, Alter. Ja, Lofti, du musst halt auch mal fahren üben, ne? Shit, shit, shit. Oh nein. So geht's ja nicht, Alter. Schon wieder, Lofti ist schon wieder letzter. Hey, Baby Luigi. Hier nochmal Gas geben. Ich schaue hier ganz auf. Jetzt. Vollgas. Boah, diesmal hab ich's geschafft, Digga. Alter. Ja, genau davor, Digga. Oh, ich spawn schon wieder. Oh mein Gott. Oh, ich glaub ich bin zweiter. Ich bin nicht letzter. Nein, ich bin letzter. Nein. Warum bleib ich hier stecken? Nein. Ey, Marc, Junge. Wow. Ey, die Strecke ist so schwer. Schreibt auf jeden Fall rein, was ihr denkt, wer jetzt das Rennen gewinnt. Oh. Digga, ich mach nur noch... Ich mach Donuts. So wie roll Donuts. Die Strecke ist echt schwer. Die Strecke ist echt schwer. Boah, ich bin einfach rüber gejumpt. Oha. 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 Digga, es ist so schwer zu fahren mit dem scheiß Ding. Oh, ganz wichtig, Leute. Ich hab nen Pilz. Ja, ich hab nen Dings, Leute. Ich hab nen roten. Ich hab nen roten. Wow. Ich hab nen roten. Ich mach nen Nosegrind. Was ist das? Oh mein Gott. Oh nein, 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 nein. Ich hab einen Crash gebaut. Oh. Locker erster. Oh. Das war... Wir sind noch nicht mal die zweite Runde, Digga. Locker erster. Das ist doch jetzt schon die dritte Runde. Nein, 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 nein. Es ist nicht. Lofti, wo bist du denn? Du bist wahrscheinlich noch in der ersten Runde Lofti, oder? Ich überrunde Lofti gleich. Ich glaub ich schon überrunde Lofti gehört. Hey, was ist das so'n Scheiß? Ne, ich überrunde mich gar nicht, Digga. Du musst ein bisschen langsamer fahren. Ich glaub du fährst immer zu schnell. Oh, ey. Digga, der schlägt sofort aus, wenn ich Gas gebe. Ui. Ja, du musst aber... Du musst nicht Vollgas geben. Du musst immer ein bisschen Gas geben. Und dann loslassen. Ja. Und dann lenken. Immer nacheinander. Nein, ich steck hier fest. Oh, ich bin wieder rüber geflogen auf Easiness. Ganz locker. Mark, geh weg. So, aus dem Weg, Armir. Mark, ich hab dir gar nichts getan. Easy, wir sind hinten dran. Oh mein Gott. Hey, Mark, Junge. Nee. Ihr seid alle so schlecht. Leute, jetzt Super-Ultra-Kombo. Also, ich glaub Lofti meinte, wenn man von hinten erster ist, dann gibt's 2 Millionen Vivans oder so. Habe ich das nicht so gesagt? Nee, 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 nee. Doch, doch, ich glaub schon. So, locker, Leute. Boom. Ja, man muss hier mit Gefühl, da muss man mit Gefühl auch hier das Rennen fahren. Oh, shit, shit, fuck. Ah, danke. Oh nein, nein, ich hab Lofti geholfen. Nooo. Danke, danke, danke. Sehr, sehr wichtig. Mit Gefühl, Leute. No, no, no. Mit sehr viel Gefühl. Ja, ich hab's raus. Ja, ja, Lofti wird nicht wieder irgendwo gegen. Lass Lofti wegrammen. Nein. Jetzt Lofti überhaupt. Komm, 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 komm. Oh nein, ich hab Crash gebaut. Sehr schön. Dann kam Karma direkt raus. Wo ist der? Ey, warum wollt ihr mich wegrammen? Lofti ist erster, Leute. Ey, Lofti wird Abschürzungen. Ey, weg mit dir. Lasslofti weg. Lasslofti weg. Lasslofti weg. Lasslofti weg. Lasslofti. Dein Ende ist gekommen. Voll gut. Oh, shit. Nein, nein, nein. Das ist nicht schön. Oh. Ja, das hast du davon, Armin. Oh. Ich glaub... Ich glaub... Ich glaub... Ich glaub... Wir müssen uns verwandeln. Und zwei Sanchez. Und let's go. Wer ist das? Nein, 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 nein. Oh. 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 Die müssen alle so schnell und langsam fahren. So wie ich. Und jetzt Vollgas. Gegen den Zau. Oh. Shit. Vollgas. Aus dem Weg, Lofti. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Oha. Oha. Ich hab ne goldene. Oha. Ich hab ne goldene. Eine goldene PS5. Das wissen wir. Oha. Oha. Ich hab ne goldene PS5. Das ist die vierte Runde. Stern. Ey Lofti. Ey. Tritt, 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 tritt. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Kam Lofti weg. Schnellschnellschnellschnellschnellschnell. Der beißt, Schiri. Der ist am beißen. Oh mein Gott, Lofti. So, jetzt werd ich mal Lofti überholen hier aus dem Weg. Oh mein Gott. Ah. Aus dem Weg. Zeichnung. Gar keine Chance. Statement Lofti. Oh mein Gott. Statement. Uch. Gerade so. Und. Über. Ihr könnt das einfach nicht fangen. Guck mal wie ihr da vorne ganz am Stocken seid. Oha. Jetzt schießt er einfach so. Okay. Ich bin erster. Wo bist du denn? Ich bin direkt hinter dir. Ey. Weil ich heute ganze Zeit gerammt werde von irgendwem. Ich bin erster auf ganz entspannt. Das ist noch nicht mal die letzte Runde Jungs. Boah. Mark. Von dir hätt ich das echt nicht gedacht. Ich schon. Krass Mark. Aha. Du hast dich verändert. So. Es ist letzte Runde, ne? Nein. Wie? Es ist noch eine Runde. Hä? Hä? Oha. Ich bin gleich wie ein Ziel. Ich bin gleich die letzte Runde. Ich fahr jetzt gleich die letzte Runde. Oh. Wow. Ich mach hier grad einen Kaffee. Boah. Ich hab Abkürzung gefunden. Hä? Ehrlich? Siu schummelt. Ich mach mir grad ein Stück Kaffee. Ich bin trotzdem nicht erster. Siu kann auch nicht mal schummeln. Wow. Wow. Ich glaub Mario Kart solltest du dir überlassen Lofti. Auch im GTA 5, das ist nix für dich. Oh mein Gott. Ey auf der Wii bin ich voll gut geworden. Ach komm Lofti bitte. Ey. Okay. Komm eins gegen eins. Okay. Okay. Schreibt es in die Kommentare. Auch bei Stani drunter. Wenn ihr das eins gegen eins Duell haben wollt. Oh. Das ist ne geile Map Digga. Da fahr ich auch nochmal. Das ist das einfach ein GTA. Das fahr ich aus dem Mario Kart, ne? Nein. Einfach die Zelda Map. Voll geil. Nein, nein, nein! Was du sowas sagst. Nein, nein, nein! Was du sowas sagst. Die sind alle weg. Wo sind die? Sind alle weg. Die Frage ist, wo bist du Lofti? Denn, 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 denn... Oh, da vorne sind die da. Die haben das gleiche Problem wie ich. Au, oh, oh! Oh, wo bist du Lofti? Ich bin da! Oh! Danke Marc. Für den Anschubser. Dankeschön. Immer gerne. So jetzt, genau durchs Zaun, ich bin genau drauf gelandet, man, so ne Pisse. Oha, Mark hat voll den Superschub bekommen. Ja, der schummelt auch. Weg mit dir. Der hat uns hier das Kart voll falsch eingestellt, sodass er es mit Absicht und Ehr gewinnt. Ja, Mark hat das Kart illegal gemacht. Ey, crash mich doch nicht auf die. Oh, ich hab mich vor dem Ziel überschlagen. Nein. Nein. Ich fall auf ihn. Ja. Nein. Doch, 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 doch. Ich bin als Erster drauf. Ich war Erster. Nein, warst du nicht? Nein. Du hast mich durchgefahren, das zählt nicht. Doch, ich war schon. Oh mein Gott. Nein, 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 das zählt nicht. Ey. Super Schläger. Okay, ich würd sagen. Lass uns fighten, komm Laufdi. Wir boxen uns drum. Kein Problem. Ey, lauf die Hände hoch. Was für Hände hoch? Lass Baby Luigi in Ruhe. Waluigi, lauf, 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 lauf. Nein. Nein. Das ist mein Freund der Waluigi. Bamm. Die sollen einfach in den Kommentaren schreiben, wer gewonnen hat. Okay, schreibt's unten in die Kommentare. Ich würd sagen, das war's gewesen mit der Folge. Kuss geht raus. Checkt die Jungs ab in der Beschreibung. Hört sich an, als wenn ich jetzt kacken musste. Okay. Ciao. So. So.